Die Sydney Harbor Bridge mit ihrem ausgewogenen Stahlbogen und den verkehrsdurchlässigen Steinpfeilern überspannt den ohnehin fantastischen Hafen Schwung und äußerst wirkungsvoll. Die Brücke, die den Stadtkern mit dem Norden verbindet, hat eine Bogenspannweite von 503 Meter und bietet acht Autofahrbahnen, zwei Eisenbahngleisen sowie Fußgänger- und Radwegenplatz. Während des Baus, zur Zeit der großen Wirtschaftskrise, nannten die Sydney Sider die Brücke ihre eiserne Lunge, weil sie eine Menge Leute bei Atem, sprich Kasse hielt. Und für Arbeit sorgt sie nach wie vor, ob für Gebührenkassierer oder waghalsige Maler. Zehn Jahre dauert es, bis die Brücke angestrichen ist. Dann geht es wieder von vorne los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018